Unschwer erkennbar, wo sind wir? Wir sind jetzt bei Michelin und dort geht es gleich um den neuen Reifen, den Michelin Power RS Plus. Das ist er. Power RS Plus und wir haben die Gelegenheit direkt mal in Medias Res zu gehen mit Christell Dehlinger. Hi, grüß dich. Hi, grüß dich, Kai. Und Achim Penisch, grüß dich. Hallo, grüß dich, willkommen. Achim. Erzählt mir hier beiden, wo ist der Vorteil Power Plus, RS Plus zum Vorgänger? Genau, wir haben mit dem Power RS Plus weiter einen supersportlichen Reifen im Programm. Wir haben ja von Anfang an gesagt, VHS ist ein supersportlicher Reifen mit voller Alltagstauglichkeit. Und die haben wir jetzt mit zwei neuen Mischungen nochmal weiter verbessert und haben im Nasskrip jetzt deutlich zugelegt. Also davon profitiert der Kunde, wenn es kalt ist und vor allem wenn es nass ist. Er verliert aber keine supersportliche Performance. Das heißt also auch ein Mischungsupgrade für den Plus jetzt? Genau, also das Hinterrad, wo es ja vor allem um Grip geht, weil da die ganze Motorleistung draufkommt. Da haben wir beide Mischungen neu gemacht. Okay. Wir haben ja die 2CD Plus Technologie am Hinterrad. Das heißt, wir haben eine Silica-Mischung in der Mitte und eine Roßmischung außen. Das hat grundsätzlich den Vorteil, die Silica-Mischung hat einen exzellenten Nasskrepp. Und die Roßmischung hat die Vorteile im Trockenkrepp und im Heißkrepp. Und beide Mischungen haben wir weiter verbessert. Die haben ihren Trockenkrepp behalten und ihren Heißkrepp. Und Nasskrepp haben wir dazu gepackt. Das heißt, der Fokus war diesmal gewesen, Nasskrepp-Verbesserungen. Und Stichwort Laufleistung. Kann man die gleiche Laufleistung erwarten? Mindestens die gleiche Laufleistung. Das klingt da wieder hervorragend. Es wird eher ein Tick mehr werden. Also die Kunden, die bisher VHS gefahren haben, die waren mit der Laufleistung zufrieden. Und wir wissen auch, was die Kunden uns zurückspielen, dass wir auf einem guten Level liegen. Alles klar. Super. Danke für die kurzen Informationen. Achim, danke für deine Zeit. Gerne. Christelle, an dich direkt noch eine Frage. Stichwort Marketing. Gibt es eine Aktion für den Reifen? Hat der Endverbraucher da Chancen? Ja, natürlich. Wir haben schon ab Mitte März bis Mitte Juni eine Vorteilsaktion. Und der Motorradfahrer profitiert gleich von drei Vorteilen. Der erste Vorteil ist eine Zufriedenheitsgarantie von uns. Das heißt, der Motorradfahrer kann das Produkt testen. 30 Tage lang. Und wenn er nicht zufrieden ist mit dem Produkt, kriegt er von uns die Erstattung der Reifenkosten inklusive Montage und Demontage. Alle Informationen sind momentan bei uns auf der Homepage. Das ist der erste Vorteil, Zufriedenheitsgarantie. Zweiter Vorteil ist eine schöne Bauchtasche. Die er für jeden Kauf bekommt. Also für die Leute, die keinen Bauch haben. Für die Leute, die Motorrad fahren und ein paar Sachen mitnehmen möchten auf der Fahrt. Wie Handy, Papier, Visierfach ist auch nochmal integriert. Super. Genau. Also alles, was man immer mittragen muss und was man jetzt nicht weiß, wo man hinsteckt, kann man in die Bauchtasche tun. Mit schönem Michelin-Logo. Und der dritte Vorteil ist eine Verlosung von 10 Plätzen für die Motorradfahrer-Veranstaltung am Sachsenring mit Michelin. Hervorragend. Super. Das klingt doch sehr vielversprechend. Danke für deine Zeit. Alles Gute. Danke, Jekai. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao.